Betrachten wir einen elektrischen Dipol, zum Beispiel ein Molekül mit einem positiven und negativen Ladungsschwerpunkt. Wenn dieser Dipol in ein homogenes elektrisches Feld E eines Plattenkondensators gebracht wird, dann erfährt der negative Ladungsschwerpunkt eine Kraft F1 zur positiv geladenen Platte hin. Der positive Ladungsschwerpunkt erfährt dagegen eine Kraft F2 zur negativ geladenen Platte hin. Der Dipol dreht sich, bis er parallel zu den elektrischen Feldlinien verläuft. Dabei befindet sich der negative Ladungsschwerpunkt auf der Seite mit der positiven Platte und der positive Ladungsschwerpunkt liegt auf der Seite mit der negativen Platte. Im Endzustand verschwindet das Drehmoment auf den Dipol und seine Energie wird minimal. Die resultierende Kraft auf den Dipol ist zu diesem Zeitpunkt ebenfalls Null. Daher können wir sagen, in einem homogenen Feld rotiert der elektrische Dipol, verschiebt sich jedoch nicht. Betrachten wir nun eine positiv geladene Kugel, die ein inhomogenes elektrisches Feld erzeugt. Wenn wir einen elektrischen Dipol in dieses Feld platzieren, dann dreht er sich genauso wie beim homogenen Feld, bis er entlang den Feldlinien verläuft. Wenn die geladene Kugel positiv ist, dann dreht sich der negative Ladungsschwerpunkt zur Kugel hin, weil entgegengesetzte Ladungen sich anziehen. Neben der Rotation des Dipols passiert noch etwas anderes im inhomogenen elektrischen Feld. Der positive und negative Ladungsschwerpunkt des Dipols erfahren eine unterschiedlich große Kraft. Um die beiden Kräfte ins Gleichgewicht zu bringen, verschiebt sich der Dipol im inhomogenen elektrischen Feld. Wir können also sagen, in einem inhomogenen Feld dreht sich und verschiebt sich der Dipol.